Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Willkommen, liebe Zuschauer. Sie war ein Mahnmal des Schreckens, die Berliner Mauer. Sie fiel am 9. November 1989 auf Druck der friedlichen Proteste in der ehemaligen DDR. So die allgemeine Darstellung. Doch jetzt, erst 23 Jahre später wird klar, der Mauerfall hatte eine ganz andere Ursache. Die Detektive der Geschichte über die Wahrheit des 9. November. Die Detektive der Geschichte zeigen, in welchen Regionen Ostdeutschlands bis vor kurzem nicht nur Angry Birds, sondern auch Angry Reichsadler erhältlich waren.